Herr Minister Altmaier, wir haben heute viel über die europäische Industrie und das Verhältnis zu Politik gesprochen. Welche Rolle würde der TDI in dieser Beziehung spielen? Nun, der BDI ist ja auf der einen Seite eine deutsche Industrievereinigung, aber unsere deutschen wirtschaftlichen Interessen werden natürlich auf europäischer und auf internationaler Ebene verteidigt und umgesetzt. Und deshalb muss der BDI, genau wie die Bundesregierung, immer die internationalen Dimensionen im Blick haben. Ich würde mir sehr wünschen, dass der BDI noch stärker als bisher mit seinen Partnerorganisationen in Frankreich, mit dem Dachverband in Brüssel, in anderen EU-Ländern gemeinsam Positionen formuliert, die wir dann auf europäischer Ebene unterstützen können.